Ja, JetGPT ist in aller Munde. Du hast wahrscheinlich auch schon von der AI gehört, die Dinge kann, die davor ein Mensch so nicht für Möglichkeiten hätte von einem Programm. Und wir wollen dir einfach jetzt mal drei Dinge mitgeben, die du als Handwerksbetrieb direkt mit JetGPT machen kannst, wo du sagst, da kannst du direkt Zeit einfach sparen und deine Ressourcen woanders sinnvoller unterbringen. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen. Ich bin Alex und mit Marvin, wie immer hier. Hi, grüß dich. Und wir wollen heute mal über JetGPT sprechen. Es ist ja im Endeffekt eine AI, also Notificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, wenn man deutsch übersetzt. Und die Idee von JetGPT ist einfach, dass man Dinge eingeben kann. Man kann sagen, okay, keine Ahnung, schreib mir ein Gedicht, schreib mir eine Grußkarte, mache mir XYZ. Und dieses Tool macht das halt, wo kann ich in Urlaub fahren? Solche Themen kann das Tool sehr gut machen. Wichtig ist nur mit Daten bis 2021. Das heißt, alles, was danach kommt, kann es nicht bewerten. Und wir haben festgestellt, also dieses Tool, wie es was für Nutzen dir bringt oder auch nicht bringt, hängt halt sehr stark davon ab, wie kreativ du selber bist. Also was du eingibst, kommt auch wieder raus so ungefähr. Und wir haben jetzt einfach mal so drei Sachen mitgebracht für dich, wo wir sagen, okay, die bringen dir direkt eine Arbeitserleichterung für diverse Themen. Das Erste ist eine ganz einfache Geschichte, Website-Texte. Also es ist so, dass jetzt rein für Werbetexte testen wir es auch gerade sehr viel, aber so für rein wirklich Performance-Werbetexte ist JetGPT an sich noch nicht so das Perfekte, weil es einfach immer den Durchschnitt halt rausbringt. Aber für einen Website-Text, wo es dir eh nur darum geht, dass er erstmal gut klingt, dass der erstmal Leute so ein Stück weit abholt, ist JetGPT halt super. Und wir erleben es halt sehr oft, dass einige unserer Partner immer noch eine riesen Website-Agentur oder sogar zwei dahinter haben, wo eine Texte schreibt, die andere dann einfügt. Und das sind halt Sachen, die müssen heute nicht mehr sein. Da kann ich einfach sagen, hey, liebe Agentur, ich habe hier mal einen Text vorbereitet, fügt den bitte einfach da ein. Dann sparst du dir schon mal komplett, dass die selber schreiben müssen, sparst du dir vielleicht mal 100, 200, 300 Euro, die die sonst berechnen würden dafür. Und das mit einer einfachen Eingabe. Ja, gerade auch das Thema, du willst ja auch in den Suchmaschinen möglichst weit oben sein, dass du da auch gefunden wirst. Und du kannst eben diesen Chat-GPT kannst du auch sagen, schreib mir einen Text zum Thema Markisen in der Region Hannover jetzt als Beispiel. 400 Wörter lang und für meine Webseite Suchmaschinen optimiert auf das Thema Markisen in Hannover. Und dann wird eben das System diesen Text so schreiben, dass du in den Suchmaschinen möglichst gut gefunden wirst. Das hat man damals, hat man dafür ja einfach Agenturen bezahlt oder hat sich das mühsam irgendwie selber zusammengeschrieben oder sich da selber reingetüftelt. Heutzutage kannst du diese Dinge einfach, ja, dieser Maschine quasi überlassen und ja, das einfach machen lassen und dann auf der Website reinfügen. Jetzt würden natürlich viele Leute, die selber Suchmaschinenoptimierung anbieten, sagen, ja, so einfach ist er nicht, da gehört ja noch mehr dazu. Ja, das stimmt, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Nur rein die Texterstellung weiß ich, dass es viele SEO-Organ tun mittlerweile wirklich komplett über so was die Chat-GPT lösen, weil die halt wirklich sehr gut sind, genau die Quote an Sachen einzubringen, die halt von Google auch gewünscht ist. Und deswegen ist es einfach faktisch so, dass die reine Texterstellung mit Chat-GPT sehr gut funktioniert. So Punkt eins. Punkt zwei, Eventplanung. Also, wenn es darum geht, zum Beispiel willst du einen Tag der offenen Tür machen, du kannst Chat-GPT wirklich alles fragen. Du kannst sagen, erstell mir ein Motto, okay, erstell mir eine Agenda, was brauche ich für die Agenda, was brauche ich an Materialien, schreib mir eine Eindangskarte, du kannst alles machen, also du kannst innerhalb von fünf Minuten was machen, wo andere einen Tag dran sitzen. Und das ist halt schon sehr, sehr mächtig. Probier das tatsächlich einfach mal aus. Schreib einfach mal rein, ich plane den Tag der offenen Tür. Was können wir da für Aktionen machen, was wäre da möglich? Und du wirst Vorschläge bekommen, die wirklich hilfreich sind, wo du wirklich sagst, okay, damit kann ich arbeiten, das hätte ich mir selber kaum besser ausdenken können. Und du kannst ja, wie gesagt, sogar eine Ressourcenplan erstellen, okay, jetzt sag mal, wie viel muss ich von was einkaufen. Das ist ziemlich cool, ich rechne die Kosten mal zusammen. Du kannst sogar sowas sagen, wie ich plane eine Weihnachtsfeier mit meinem Betrieb, ich möchte das und das Motto haben oder bitte denk dir ein Motto aus und dann gib mir noch einen Einkaufsplan und so weiter. Es klingt zwar ziemlich so banal, aber man kann sich damit schon einiges an Arbeit sparen, gerade auch, wenn man irgendwie eine Planung macht oder eine Einsatzplanung. Du kannst aber auch, ja, du kannst dir nicht nur Events planen lassen, du kannst dir auch irgendwelche Auswertungen von Mitarbeitern, irgendwelche Trackings, irgendwelche Aufzeichnungen, irgendwelche Stundenzettel auch, kannst du dort auch eingeben. Auch teilweise mittlerweile kannst du ganze Excel-Dateien, ja, zum Beispiel Excel-Dateien mit Stundenauswertungen kannst du hochladen und dann zum Beispiel auswerten lassen. Ja, bitte schlüssel mir auf, wie viel wir auf den einzelnen Baustellen Zeit verbracht haben, bitte schlüssel mir auf, wie viel wir in die einzelnen Tätigkeiten dort investiert haben und so weiter und so fort. Also je nachdem, was du halt wissen möchtest aus diesen Informationen, was du vorher dir vielleicht händisch mit irgendwelchen Formeln oder so zurecht hättest friemeln müssen, das kannst du jetzt einfach fragen, indem du die Datei reingibst. Oder du kannst zum Beispiel auch einfach sagen, hey, ich habe eine Excel-Datei und ich will, dass aus Tabelle 1 und Tabelle 2 die Ergebnisse irgendwie kombiniert werden. Ja, du weißt im Kopf ungefähr, was du haben willst, aber ich meine, wir wissen jetzt alle nicht, wie irgendwie eine Excel-Formel jetzt nochmal ging, was wir vielleicht mal vor fünf, sechs Jahren mal gewusst haben oder mal gemacht haben und dann kannst du einfach sagen, schreib mir diese Formel dafür. Dann fügst du das ein und es funktioniert direkt. Genau und dazu, was auch noch ein sehr cooler Use-Case ist als dritter Punkt, ist einfach Mails. Also wenn du halt eine längere Mail schreiben musst, A, kannst du JGPT-Schooling übernehmen lassen. Die werden die Mails genauso schreiben, wie du, wenn du davor zum Beispiel eine Mail von dir reingibst, wie deine Schreibweise wäre. B, ist es fast fehlerfrei. Und du weißt ja selber, bei einer Mail, das Schreiben geht immer relativ schnell, da noch zu gucken, dass alles stimmt, nochmal dreimal drüber lesen und JGPT macht das halt so hundertprozentig fehlerfrei. Also da gibt es einfach nicht dieses, okay, da ist jetzt mal irgendein Wort falsch oder so, es passiert da einfach nicht. Und das ist halt für viele, gerade Handwerker, die jetzt vielleicht nicht die Muße haben, immer jede Mail dreimal durchzulesen, eine Riesenerleichterung, weil die einfach sagen können, hey, ich gebe von mir aus die Mail, die ich schon vorgeschrieben habe, da einmal rein, mach die bitte mal korrekt, so, dass es passt. Geh dir einmal drüber, Rechtschreibung passt und go for it. Also das ist halt auch ein Riesending, wo du super viel Arbeitszeit direkt sparen kannst. Ja, gerade auch, wenn man im Stress ist oder so, du kennst das, du bist gerade im Stress, du kannst vielleicht gerade nicht anrufen, willst kurz eine Antwort per Mail schicken, dann sagst du einfach, ich habe diese Mail hier bekommen, schreibe dem Kunden, ja, ist in Ordnung, schreibe ihm, ja, ich will als Termin das und das vorschlagen, bitte ihn um Bestätigung, frage ihn, ob er noch Fragen hat und wünsche schon mal ein schönes Wochenende. So, das kannst du einfach, diese vier Stichpunkte kannst du mitgeben und du bekommst so eine gute, so eine lange, richtig gut formulierte, tolle Mail von dem System zurück, ja, wo der Kunde einfach gar nicht sehen kann, dass das jetzt irgendwie von der Maschine generiert wurde, sondern es ist einfach ein Top-Text, der freundlich formuliert ist, der super klingt und du musst dir nicht da 15 Minuten irgendwie ans Bein binden und irgendwie da Kommas hin und her schieben, sondern du tackerst da einfach vier Stichpunkte rein und schon hast du eine coole Mail zurückbekommen. Allein damit kannst du wahrscheinlich schon eine Stunde am Tag sparen, wenn du mal guckst, wie viele Mails du schreibst und wenn du die alle, die Hälfte oder Drittel der Zeit reduzieren würdest, dann würde es schon mal ganz anders aussehen. Ich meine, selbst wenn der Text nicht perfekt perfekt ist, kannst du den Text immerhin nehmen und vielleicht noch ein, zwei Wörter, ein, zwei Sätze austauschen, die du anders machen würdest, aber dann hast du trotzdem schon Zeit gewonnen. Ja, genau. Ja, also unsere Empfehlung nutzt du auf jeden Fall, das ist ein ziemlich cooles Tool, auch gerne die Bezahlt-Version, die kostet 20 Euro im Monat. Ja, genau, also es gibt sozusagen einmal ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4. ChatGPT 4 ist die schlauere Version und auch die mehr weiß, sag ich mal. Und um die nutzen zu können, muss man aber 20 Euro im Monat zahlen, würde ich dir aber empfehlen, wenn du es halt häufiger nutzt, wenn du die 3.5er Version ausprobierst, dann sind die Ergebnisse auch nicht so gut wie die 4er. Deswegen würde ich dir halt ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren mit den 20 Euro und einfach mal zu gucken, wie die Ergebnisse sind, weil die sind schon deutlich besser und deutlich zufriedenstellender. Ja, super. Dann, wenn du auch in Zukunft solche Sachen nicht verpassen willst, was du halt für einen Euro im Monat gibt und wie du die nutzen kannst, dann natürlich gerne einmal ein Abo da lassen und einen Daumen hoch geben für das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.